Okay, ich glaube, ich habe das zu früh gedreht, denn ich habe nicht mitbekommen, dass das Glas jetzt zittert, oder? Okay, okay, das ist das Faktor. Okay. Der Druck breite die Sprünge aus. Wenn ich an den richtigen Stellen ansetze, kann ich das Ding knacken. Ich habe es kaputt gemacht. War das schlecht? Fokus Point. Fokus Point und die Geschicklichkeit. Tempo ist immer gut, oder? Ja, Effizienz. Aber es ist Tarnung, ja sicher. Tarnung ist super. Wir lieben Tarnung. Oh, hi. Was ist das? Der Meister D? Komm ich ungelegen. Wie ungeschickt. Verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Früher tauchte man Hände von Dieben in heißen Zählen. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Der hat doch was von Daniel Day-Lewis da in Gangs of New York, oder? Vielleicht wenn ich mit dem Schnauzer. Wir warten den Loading Screen up für diesen Part. Wir warten den Loading Screen up für diesen Part. nachdem. Wir warten die Kanalisation noch! Shut up! Hör, warum hab ich das Tür nicht gesehen wollen? Ganz bekloppt hier! Das ist mein absolutes Lieblingsboot! Hier gehts nicht weiter! Aber hier! Ups, was war denn hier? Ja! So viel Zeit muss sein, ok? Das ist aus wie Sau! Ups, hier nicht lang! Doch hier lang! Doch hier lang! Ich seh gar nichts mehr! What? Wieso? Was war der Weg? Ich komme nur hier her! Hier gehts durch! Das sieht man doch alles nicht! Ich seh... Was... Was schwommen denn hier? Ich muss aufpassen! Das Dach könnte ich jeden Moment einstürzen! No, 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 no! No, 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 no! Hier rüber und hier rüber! Go, go, Gachetto! Go! Go! Oh, shit! Huh! So viel zum Thema könnte! Es ist eingestürzt! Ich bin schon etwas erschöpft! Ich bin schon etwas erschöpft! Das ist der Grund! Lass mich in Ruhe! Ich hab euch nichts getan! Holy Macaroni! Holy Macaroni! Warum gar nicht hier rüber? Ah! Ah, kommt schon! Vielleicht! Ich müsste nur irgendwas sehen, wo ich hinmüsste! Okidok! Ja, sehr witzig! Mama! Ich muss über einiges nachdenken! Lass ihn doch ausreden! Weitere! Titel! Brrrrrrrrrr! Ich fern fort! Entspannen uns im Doktor, und das war... Oh mein Gott, hab ich so lange aufgenommen? Das ist alles in ein Stück! Und sehen, wie lang das wird! Aber trotzdem hab ich die Schaukästen aktualisiert! Das ist ja die Hauptsache! Das bestätigen wir! Die Hauptsache Schaukästen sind in Ordnung! Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Rauf und hier oben ist mein Neues. Nein, Sequenz, nein, nicht jetzt. Shit. Etwas in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron. Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist. Stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen? Ja. Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Denken! Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion, das fehlende Teil, gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Garret. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt und ihre Bewohner machen dich aus, Garret. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. wie macht sie das nur, die gute Frau. Erreiche die Kathedrale im alten Viertel. Aber jetzt im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.